Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play DayZ. Der Dominik ist auch wieder dabei. Schönen guten Tag. Ja, und das ist jetzt eigentlich schon der zweite Versuch, das jetzt hier aufzunehmen. Ich hatte leichte technische Probleme, ging damit zusammen, dass ich wohl Teile des Spiels gelöscht habe und das dann halt natürlich damit nicht mehr laufen konnte. Aber eine neue Installation, komplett mit Windows und allem drum und dran, hat das Problem dann anscheinend behoben. Ähm, hoffe ich doch zumindest mal. Letztens ging es noch. Ja, hoffentlich. Also hoffentlich funktioniert es jetzt, ne? So. Wir haben hier diesen wunderschönen Startbildschirm, der sich etwas zum letzten Mal geändert hat. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lange das war das her, dass wir das letzte Mal gezockt haben? Zwei Jahre? Über ein Jahr. Über ein Jahr auf jeden Fall. Ich meine so Richtung zwei Jahre, ja. Ja. Es hat sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen was getan. Wobei ich... Ganz kleines bisschen. Ja. Wobei ich glaube, dass hier, wo ich gerade mit meiner Maus bin, dass da eigentlich mein Charakter stehen sollte. Was er nicht tut. Aber gut, ähm... Da kann ich dich beruhigen, der steht bei mir da auch nicht. Steht denn bei dir Left, Right und dein Name unten? Genau das hier. Okay, gut. Dann hängt es wohl nicht an meiner Rechnerkiste hier. Ja. Wenn man nach links unten den Blick schweifen lässt, wird man sehen, dass das immer noch die Early Access Alpha ist. Genau. Also es ist nicht viel weiter gekommen als zuletzt. Ähm... Vor kurzem habe ich der Juli ein Bild geschickt, dass die Entwickler wohl irgendwie so ein Reboot, Neustart, Neuauflage des Spiels machen wollen. Und das dann tatsächlich mit Version 1.0 betiteln wollen. Weiß kein Mensch, wann das stattfinden soll. Wir auch nicht. Deswegen spielen wir es jetzt einfach mal so. Vielleicht, vielleicht, in nicht allzu fern in Zukunft können wir dann auch mal Version 1.0 zeigen. Ja. Aber, ja, wir machen einfach mal. Ja. Dann würde ich sagen, obwohl ich gehe mal gerade auf Charakter und gucke mal hier. Female, light, green T-shirt, brown jeans, athletic shoes, brown. Alles super. Gut. Ich kann ja auch das erwähnen, was ich beim letzten Mal auch schon versucht habe zu erwähnen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Spiel jetzt wieder eher in die Richtung geht, in der es ursprünglich anzusehen war. Also wirklich überleben mit den wenigsten Sachen, die man halt bekommen kann. Denn ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass durch die ganzen Player Unknowns Battleground und Fortnite, dass da die ganzen Battle-Royal-Spieler jetzt hingewandert sind. Und dass es jetzt wirklich nur noch hier Leute gibt, die nicht einfach sofort schießen, ohne irgendwie Kontakt aufzunehmen. Das Lustige ist, ich habe heute noch ein bisschen auf der Shop-Seite von der Serie umgesucht bei Steam. Da haben wir ein paar Kommentare durchgelesen und da stand vor wegen, ja, es werden immer weniger Spieler und die Spieler, die noch da sind, die knallen dich direkt ab. Cool. Dann ist meine Hoffnung direkt zerschlagen. Dann gucken wir einfach mal. Ja, ich würde sagen, wir suchen mal nach einem schönen, äh, ne? Ne, genau, ja, Server, meinst du? Also letztens wollten wir auf einen offiziellen Server, äh, daisy.de2-12, der ist auch jetzt wieder da. Moment. Ich spawne gerade. Oh. Ich bin gespawnt. Okay, ich möchte gerne Exit. Yes. Du warst aber schon auf dem richtigen. Ja? Ach, scheiße. Macht, macht aber nisch. Auf welchen machen wir nichts? Ich sehe gerade der 2-12 hat Low Population. Ich weiß ja nicht, ob wir nicht vielleicht mal auf Medium wollen. Ja, ich würde sagen, hier der 2-1 oder so, ne? Ja, genau, den hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Ja. Dann machen wir eine Gückmark. Connecting. So, jetzt bräuchte ich einen kleinen Trommelwirbel bei mir hier. Ich habe, blau, ah. Uh, ich bin drin, ich bin drin, es läuft. Ich bin genau da gespawnt, wo ich eben auch gespawnt bin. So, ich stehe mitten in der Landschaft. Ich habe keinen Schimmer, wo. Erstmal, wie war Enter? Ja, Enter. Es war Third Person hier. Ach, guck mal. Ich habe, glaube ich, eine Autobatterie gefunden. Da oben ist ein Schild. Wir haben auch übrigens wieder unsere Maps offen, damit wir uns besser orientieren können. Wo sind wir denn hier? Ich bin an der Straße und an einem Kai. Hier liegt ein Haufen voller Menschen rum. Das ist ja echt cool. Na, oh. H-Tschuk-Tab. So, ich suche jetzt mal. Ich hoffe, dass ich nicht von einem Zombie angegriffen werde. Da liegt eine Hose. Ich will die Hose haben. Ich suche jetzt erstmal, wo ich bin. Ich habe die Hose. Sehr schön. Ja, ich gucke mich auch schon mal um. Ob ich irgendwas finde. Ja, wie war das denn mal? K-P-A-Tschuk-Tab. Hier konnte man sich doch irgendwie... Guck mal, ich habe schon was zu essen gefunden. K-P-A-Tschuk-Tab. Da ist es doch krass. Nostav heißt das. Und ich bin sehr weit im Norden. Ungefähr bei dem... Ach, ich bin bei dem Airfield in der Ecke. Bei dem oberen Airfield. Ich habe ein Rad gefunden. K-P-A-Tschuk-Tab. K-P-A-Tschuk-Tab. Also anscheinend sind die... K-P-A-Tschuk-Tab. 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 Die ganzen Sachen, die wir zuletzt hatten, die noch nicht so funktioniert hatten, als wir das letzte Mal gespielt haben, die sind wohl überarbeitet worden. Mhm. K-P-A-Tschuk-Tab. K-P-A-Tschuk-Tab. Sowas wie Autos. K-P-A-Tschuk-Tab. Au, Ich hoffe mal, dass die zombies... Ach scheiße Jesen, die Türen offen. Dass die zombies weniger geworden sind. Uihih... Den Hut. Farblich nicht ganz so passend. Knallrot. Ist vielleicht nicht so die beste Farbe. Aber... Na ja, wird schon. Ich entschuldige mich schon mal für das Tastengetippel. Von der Maus sollte die eigentlich nichts hören, weil die ohne Klickgeräusche ist. Habe ich mir extra wegen so Fällen gekauft. Ich denke, bei mir ist es genau umgekehrt. Irgendwann muss ich mir auch mal eine neue Tastatur holen. Das ist hier eine Katastrophe. Die hat oben Kabelbruch und die ganzen Tasten sind alle kaputt. Beziehungsweise die Komma-Taste auf dem Nummernpad, die braucht man nur ganz leicht berühren, dann macht ihr direkt ein Komma. Und ansonsten ist hier sehr viel Kapurtski. So, ich habe eine Straße und Bahngleise sind da wohl. Ich hoffe nicht, dass du im Süden bist. Wenn nicht, mache ich nochmal einen Respawn und lasse mich kaputt machen. Du kannst dich wie es bauen lassen im Menü, ne? Ja, ja. Oder so. Müsste ich jetzt nochmal rausfinden, wo genau ich bin. Ich folge einfach mal der Straße. Ich denke, ich habe das Meer zu meiner Rechten. Ist so dunkel. Das könnte für den Osten oder für den Süden sprechen. Ich glaube, da kommt ein großes Schild. Das könnte was sein. Ich bin mir noch auf keine weiteren Spieler, noch auf Zombies getroffen. Ich auch nicht. Das ist ein Werbeschild. Ach, verflucht, Hacker. Das ist so dunkel irgendwie. Und ich habe auch irgendwie keine Lust in Häuser reinzugehen, weil ich Schiss habe, dass ich sterbe oder mich erschrecke. Ach, einfach mal rein. Wo sind wir hier? Das war ein riesiges Werbeschild, was ich gerade gesehen habe. Das war kein Ortsschild. Exitm. Da bin ich. Jetzt bin ich relativ weit an der Ostküste. Wenn du mir jetzt noch saßt, wo du bist, dann können wir uns dann vielleicht treffen. Ja, wenn ich es finden würde. Ach nee, das ist ein Zombie. Ich mache mich direkt mal hier vom Acker. Bislang habe ich nicht mehr gefunden, als die Straße, der ich folge. Oder ist noch ein Zombie? Scheint tatsächlich das mehr zu sein. Ich mag Städte nicht. Ich würde gerne mal eine finden. Also Dörfer, sagen wir mal so. Das würde ich auch nehmen. Aber hier ist nichts. Wildnis. Das ist ein Baum. Was ist das? Box of Nails. Okay. Nägel. Kann man bestimmt noch ein Basie dran machen oder so. Warum rennst du nicht? Das gefällt mir nicht. Oh nein, 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 nein. Was ist ein Zombie hinter mir her? Zombie Alarm. Und ich finde hier nichts. Scheiße, Mann. Der hat einen Strohhut auf. Er hat einen Strohhut auf. Ja. Ich habe Angst. Haben wir jetzt nochmal Häuser oder sind das... Was ist das? Ich kann ihn aber auch nicht tot machen, weil ich... Strohh, ja, du könntest versuchen, den zu boxen, aber das... Das habe ich schon beim letzten Mal bei unserem ersten Versuch, habe ich das schon versucht. Und das dauert sehr lange, bis man den kaputt geboxt. Der läuft ja immer noch hinter mir her. Da vorne ist ein Schild. Ich sehe ein Straßenschild. Und ich bin jetzt hier im Wald. Und da war eine Cola-Dose in einem kleinen Ding. So, was haben wir denn hier? Jetzt hängt ich an einer kleinen Tanne fest. Als ob ich das hier lesen könnte. Wie soll man das dann da... Ne. Das ist immer ein Hintergrund. Ah, ich bin in Solnitschni. Solnitschni, wo war das? Das war auch in der Ostküste, ne? Das war an der Ostküste, ja, ja. Ja, ich weiß jetzt nicht gerade, wo ich hinlaufe, ob ich in den Norden laufe oder in den Süden, weil ich bin halt einfach im Wald, ne? Ich laufe jetzt einfach mal der Straße weiter lang, mit der Hoffnung, dass ich was ausrüstungstechnisch finde. Guck mal, ich bin hier im Wald. Hier sind bestimmt irgendwo Bären. Das ist der Typ immer noch hinter mir, hier. Das ist voll der fiese Stalker. Ja. Wie lustig, wenn er noch eine Angel gehabt hätte, oder so. Oh, wo ist das denn? Es ist so dunkel, ne? Ich höre Zombies. Was habe ich denn da? Vitaminpillen? Nein, nein, ich nehme da... Ach komm, kann ich nicht schaden, ein paar Vitamine zu fressen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich höre einen Zombie. Gefällt mir nicht so, aber... Warum kannst du den Berg nicht runterrennen? Warum gehst du jetzt? Ich habe aber noch keine... Ach, Bäume. Ich habe noch keine Tiere gefunden. Wildschweine oder sowas. Was mich dann anfällt. Oh, ihr bleibt doch nicht überall hängen, ey. So, ich höre einen Zombie. Gucken, ob ich den mit meiner Mistkabel... Deiser. Gucken, ob ich den mit meiner Mistkabel kaputt machen kann. Also, was mir schon mal gefällt, ist, dass die Zombies sich so ein bisschen bewegen. Ich bin jetzt hier wieder an einem Dörflein. Bzw. sie sind zwei Häuser. Das ist viel. Ne, es sind drei. So, erstmal hier rein lünkern. Dass zwei Mist drin sind. Mh, man kann auch Steinen suchen. Jetzt ist er hungrig. Oh, was ist das? Eishockey-Stick. Dann nimm dat mal. Wie konnte man das denn mit R, ne? Ne, mit E? Ne, F? Was suchst du denn? Ne, du sollst nicht irgendwo drüber stecken, wie man... ...das auswählen kann, dass die das in die Hand nehmen soll. Zabulator? Ne. Man kann doch schnell... ...da drauf zugreifen, irgendwie. Ja, ich hab die Waffe jetzt... ...auf, äh... ...Taste 1 gelegt. Da ist noch ein Zombie. Komm her, du, ich stech dich ab. Oh, sind zwei sogar. Ah, jetzt, sag mal. War so klein da unten, irgendwie. So. Jetzt hab ich wenigstens schon mal eine Waffe. Ich mag meine Heugabel. Uch, du lebst ja noch. Stirb. Oh, noch zwei. Mein lieber Mann, der ist ja wahnsinnig. Der ist ja was los. Immer mehr als vorher. Hallo, ich hab schon dreimal auf dich eingestochen. Du darfst jetzt sterben. Die verlieren bei mir manchmal ihre Textur. Oh, was ist das? Eine Mütze. Aufziehen. Okay. Dann, äh... Oh, eine Jacke. Das kann man in Kamishovo gewesen sein. Das muss vor Kamishovo gewesen sein. Wo ich hier jetzt war. Ich glaube, ja. Äh, vor Solnitschni. Ich wollte schon sagen. Ich lauf doch mal weiter gegen Norden, in der Hoffnung, dass ich in Solnitschni hier ankomme. Ja. Ich will mal gerne wissen, wo ich hier bin. Hier sind Gewächshäuser. Kann man da vom Wasser handeln? Nein. Alle. Dreck. Uh. Also irgendwie, manchmal will die nicht laufen. Also bisher, muss ich sagen, habe ich nicht viel gefunden, was deutlich anders war als zuletzt. Mhm. Da vorne ist die Stadt. Das soll nicht schnie. So, ich gucke mal jetzt gerade, wo ich hier sein könnte. Ich versuche mal mein Glück in dem Haus hier. Oh, da war der Eingang. So. Jetzt mal die Waffe auspacken. Oh, was ist das denn? Eine Maske. Eine Maske? Mhm. Warum liegt denn hier Stroh rum? Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Nee, das ist, äh, eine Clowns-Maske. Das ist gruselig. In der Tat. Ich habe das Gefühl, man läuft irgendwie um einiges langsamer mit einer Waffe in der Hand als sonst. Also rennen. Mhm. Da vorne sieht es ein bisschen nach Population aus. Moip, moip. Okay, das war mal was. Was sind das hier für Schilder? Ein Feeling-Hungry. Achso, Achtung, Kurve. Mhm. Vorsicht, da kommt eine Kurve. Das hat sich voll nach Bulli angehört, ne? Stirb. Oh, oh. Ich blute. Warum, was hast du gemacht? Ich wurde von einem Zombie gehauen. Kannst du dich denn verbinden? Das werde ich gleich sehen. Mach nicht den Fehler, wie ich das letzte Mal in der Aufnahme. Die so eine Armbinde erstellen, was dann einfach nur zur Erkennung dient und nicht um irgendwas zu... ...verbinden. Ist das hier windig? Oder kommt das von draußen? Ich glaube, es ist windig. Das hört sich auch irgendwie jetzt gerade ein bisschen nach Regen an. Fände ich nicht so geil, weil da hat er ja letztens schon, also letztens, vor zwei Jahren schon ziemlich rumgeholt, wenn es nass geworden ist. Gut, stimmt's daran erinnere ich mich. Was ist das denn? Ich hab ein Buch gefunden. Ich hab mich gerade etwas vor einem Busch erschrocken, weil die Textur erst so spät kam und es hat sich so krimisch bewegt. Äh, ich kann's nicht, ähm, kaputt machen. Achso. Ich kann's nicht essen. Nein, das Buch dachte ich. Nein, ich kann mein T-Shirt nicht kaputt reißen. Ja, das Problem hatte ich auch. Na gut, was bleibt mir dann sonst noch anderes übrig, als, äh, Zombies zu bekämpfen, ne? Und vielleicht find ich ja dann irgendwas. Was hat man denn hier? Das sieht aus wie ne Batterie. Einem Running, einem Running, einem Running. Auf jeden Fall an irgendeiner Straße entlang. Ich esse mal noch ein Stück, auch wenn ich gerade verblute. Aber vielleicht hilft's ja. Du musst dir dein Essen in die Wunde reiben. Mhm. Die Bohnen, die ich irgendwo vom Boden aufgelesen hab, mit einer schmutzigen, äh, Heugabel geöffnet hab, die soll ich mir irgendeine Wunde schmieren? Mhm. Hm. Das find ich ja jetzt ein bisschen unrealistisch, ne? Da stehen so viele Zombies rum und keiner davon hat irgendwie was mit. Ich glaub, ich biege hier doch rechts ab, weil ich schätze, dass ich da oben irgendwo bin. Und wenn ich jetzt gleich über Bahngleise komme, dann bin ich auf jeden Fall richtig. Hm. Ich halte fest, es gibt sehr viele Zombies hier. Also ich bin bisher drei über den Weg gelaufen, und eines mit der gelaufen. So, was ist das? Da liegt Zeug drin. Das ist schön. Hier in dem Haus ist auch bestimmt irgendwas drin. Small Giftbox. Ich hab ne Axt gefunden. I wonder what's inside. Kannst du es öffnen? Inspekt. I wonder what's inside. Ja, dann... Dann holst du auf. Ich kann das nicht öffnen. Nee, da ist was. Oh. Da sind vier neun Millimeter Patronen drin. Nett. Da brauchst du nur noch ne Piffpasse. Ja, aber... Das ist ja schon mal... Aber das ist ja noch eins. 16 neun Millimeter Patronen. Wird ja immer besser. Ja, zwei Geschenkboxen. Eine kleine und eine große hier in nem komischen Kabüffchen. Ich find nur Waffen. Ja, da müssen wir uns treffen. Ich verblute hier jämmerlich und alles, was ich finde, sind Waffen. Hier sind... Bahngleise, das ist ja der Wahnsinn. Da hab ich mich doch... Da hab ich doch richtig gedacht, wo ich bin. Gut, da ich nochmal zurückgelaufen bin. Ich bin jetzt auf jeden Fall... Weißt du noch, wo dieses Schiff, das gestrandete Schiff war? Ja, das war ziemlich weit im Nordosten, wenn ich mich nicht täusche. Da bin ich. Man sieht's gerade. Das ist ein bisschen weit für mich. Soll ich dir entgegenkommen auf der Hauptstraße? Na, ich weiß ja nicht, wie lange ich's noch mach. Ach so. Was hab ich denn hier? Ist das Klebeband? Das Klebeband. Hast du nicht Rags dabei? Nee. Weil ich hatte Rags dabei. Ich hab nur mein T-Shirt mit. Kann ich das hier irgendwie... In den Jeans ist das drin. Repair black shirt with duct tape. Das ist ja fett. Oh nein. Vielleicht kann ich's ja reparieren. I feel damp. Und dann... Tear into... Unfassbar. Das ging. Ja? Ja. Aber ich dumm. Jus. Ich konnte mit dem duct tape ein kaputtes T-Shirt reparieren, das ich dann zerrissen habe, um mich jetzt zu verarzten. Unfassbar. Mein Charakter fühlt sich nass. My body feels wet. My body. The body. Okay, dann versuche ich dir mal entgegenzukommen, wenn ich hier wieder die Hauptstraße finde. I am so true. Völlig durchmässt. Ja, aber das war nur, weil man hier so gut erkennen konnte, dass da Wasser war. Weil meine super tollen Einstellungen super sind. Hey, du hast mich gar nicht getroffen, du. So. Ich bin jetzt hier auf der Hauptstraße und laufe Gent-Süsen. Richtung Lamba-Mill. Nix. 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 Neue. Warte mehr, Mann. Warum blutet es immer noch? Achso, jetzt blutet es nicht mehr. So. Es läuft und läuft und läuft und läuft. Mein, was bist du hässlich. Wo ist denn hier? Wo bin ich denn? Ich bin ja jetzt hier oben, genau. Oh nein. Ich laufe gleich, whoops, durch eine Stadt. Ist es eigentlich neblig? Ja, würde ich so sagen. Weil ich dachte schon, das wäre irgendwie meine Grafikeinstellung. Der Playstation 1 Nebel. So, ich laufe jetzt hier über eine Brücke drüber. Ich bin jetzt durch das Dörfchen hindurchgelaufen. Ich laufe jetzt. Hm. Das nächste wäre dann eine Fabrik, an die ich rankommen sollte. Die kann ich auch schon sehen. Das ist auf jeden Fall sehr industriell, wo ich gerade herlaufe. Das ist keine Fabrik, das ist eine Tankstelle. Ich fühle dampf. Ich fühle dampf. Ich fühle mich langsam ab. So, wo sind wir denn hier? Hier ist doch ein Schildchen. Gucken wir doch mal. In den Tankstellen gab es ja eigentlich immer ganz nette Dinge. Oh nein, es regnet. Be-schi-o-s-u. Hier ist nix. Mist. Oh ja, ich seh's jetzt auch. Ach, keine Ahnung. Ach, das heißt dann ja wohl so viel wie warten, bis es aufgehört ist, ne? Nö, ich laufe hier einfach weiter. Mir ja eh schon durchdrängt. Aber was, wenn dein Charakter krank wird? Oh. Ich hab da was gehört. Entweder was ein Vogel oder ein Zombie. Jetzt war so... So hat sich das angehört. Ziemlich große Spanne zwischendrin, ne? Ein Zombie oder ein Vogel. Toll, hier sind die Tore offen. Ob's hier nochmal Tag wird? Oder ob einfach nur das Wetter hin und her wechselt? Also ich mag das Wetter auf jeden Fall nicht so. Na gut, dass das Wetter wechselt, das wissen wir ja jetzt, ja. Weil gerade eben hat's ja noch nicht geregnet. Ja, aber es ist immer noch neblig. I'm thirsty. Na gut, was hab ich auch noch keins gefunden. Be-pe-sch-no. Be-pe-sch-no. Ich bin im Berenzino. Wie bin ich denn da hingekommen? Oh. Ja, aber das ist, äh, da kommen wir uns doch schon mal näher. Du musst jetzt auf jeden Fall Wir müssen jetzt wieder Richtung Wasser, Richtung, äh, wie heißt das hier? Nichts neu. Ja, ich muss da, ähm... Ich möchte mich übrigens nochmal bei allen, äh, 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 Muttersprachlern entschuldigen. Guck mal hier. Unheimlich schlechte Aussprache. Da ist die Fabrik. In der Fabrik gab's eigentlich immer schöne Sachen. Aber ich, ich lauf jetzt erstmal weiter. So, ich trinke jetzt hier erstmal von de Pond. Sag die gleich bisschen, äh, mir ist es schlicht. Bei einer Zombie-Apokalypse an Bakterien gestorben. Volltreffer. Soaked hungry. What? Nein, nicht... My body feels wet. Ach, kann man das nicht abbrechen? Da. Schreib's, schreib's grad'n Roman? Nein, ich hab' einfach Bild auf der Tassadour rumgedrückt. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie kann ich denn grad in Berenzino gewesen sein, wenn ich hier am Wasser bin? Bist du dir sicher, dass du in Berenzino warst und dass es nicht nur ein, 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 ein... Ja, ich hab' das Schild... ...es Straßenschild war? Nein, ich hab' das... Das war das durchgestrichene Berenzino-Schild. Hm. Dann bist du da jetzt nicht mehr. Nee. Würde ich mal meinen. Vielleicht ist die Karte auch nicht mehr up-to-date irgendwie. Also ich hab' die aktuellste Version natürlich, aber es kann mal sein, dass die Leute einfach keinen Bock mehr hatten, dann noch was zu ändern an der App. Ich weiß gar nicht, warum. Hm. Da läuft ein Zombie. Ist das eine Batterie da auf dem Dach? Nein, das ist eine Geschenkbox. Ich will die Geschenkbox haben. I am completely drenched. Take. Take into hands. Ich bin jetzt, glaub' ich, in Nitz Neu. Okay, weil hier kreuzt die Straße den Weg. 20 Munition, ne? Nehmen wir die doch mit und die Giftbox lassen wir wieder da. So. Ich hätte jetzt auch Munition, ich bräuchte jetzt auch ne... ...Piff-Paff. Ich hab ja keine Piff-Paff. Schade drum. Ach. Also, ich weiß nicht so ganz, wo ich bin. Hm, hm. Ich lauf' immer noch an der Straße lang. Ich sollte demnächst nach Nitz Neu kommen. Nitz Neu? Nitz Neu. Wenn man das so ausspricht. Schon wieder Berenzino. Bist im Kreis gelaufen. Ne, aber das ist jetzt wahrscheinlich da, wo ich... Da. Da muss ich noch ein bisschen... ...in diese Richtung laufen, dann bin ich Nitz Neu. Hungrig und durstig ist jetzt keine so gute Kombination. Ich bin nur hungrig. Und durchdrängend. Mit Water. Water! 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 Na ja, jetzt hab ich auch nix mehr zum Essen. Ich hab noch nie was zu essen gehabt. Das war so ziemlich das erste, was ich gefunden hab. Ne Dose. Das dürfte aber nicht mehr so weit sein, bis ich in... ...Nitz Neu bin. Ich glaube, ich hab gerade das Geräusch gehört, das du auch gehört hast. Und ich würde es als Vogel interpretieren. Okay. Ein gerade sterbender Vogel. Vielleicht, ja. Vielleicht auch ein Zombie-Vogel. Huch! Huhn! Hallo, Hühnchen! Na? Kannst du, glaube ich, ganzes töten, aber dann kannst du nix mehr damit machen, glaube ich. Zack! Huhn kaputt. Ja, hast recht. Und dann ist das Huhn kaputt. Nicht irgendwie Federn rausreißen oder so. Nein, wir lassen uns einfach da liegen. Ich hab das Huhn kaputt gemacht. Hm, ich sehe Bahngleise. Ich sehe das Meer. Mhm. Ich sehe keine Stadt. Ich auch nicht. Ja, ich sehe dass. Vielen Dank.